Ich verbinde mit der Friedlichen Revolution 1989 für mich als Christ ein Wunder. Denn es ist eine Vereinigung unseres Landes geworden, ohne schlimme Ereignisse, die unserem Volk sehr hätten schaden können. Ich habe mich als Arzt selbstständig niederlassen können, habe eine Praxis für innere Medizin und Psychotherapie aufbauen und durchführen können und konnte durch diese Arbeit, denke ich, manchen auch gut helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017